Herzlich Willkommen zurück zu eurem Let's Play Battlefield 4, äh Battlefield 1, weiterhin hier im Singleplayer. So, wir müssen hier für unsere Bertra ein bisschen, äh, Ersatzteile finden. Okay, so war ein naher Kampfangriff, falls hier um einer ist, würde ich gerne, mal gucken wir mal an, was haben wir denn hier? Oh, mit Schalldämpfer, aha, guck mal, da haben wir einen Sniper gefunden mit Schalldämpfer und wir sind oben in der Mühle drin, ja, genau da. Okay. Ja, das kennen wir ja. Okay, wie können wir das, oh. Oh, das wollte ich nicht auf, warum stellt er das Standbein nicht auf? Okay, Luft anhalten. Okay, erstmal gucken, wo wir noch welche haben. Da haben wir zwei. Okay, nehmen wir die beiden. Achso, nachlangt jeder Schuss. Aber, der stirbt doch. Da ist er. Schnell zurück zu Bessonselaar. Oh, 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 oh. Okay. So fährt hier, ne? Steige dich. Okay, ich denke, wir haben alles da unten getötet. Wir können ab in Nahkampf. Okay. Nein, 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 will ich nicht Will ich auch nicht Einsteigen bitte Oh, ey, ey Alter, was ist das denn? Okay, Leute Also bis jetzt Ist das alles mega geil Ganz ehrlich, Leute Ausgeschlachtet Ach, da ist der Motor Ja, Isa Okay, nur noch drei Planen wir erstmal nach Okay Gehen wir wieder in die Mühle, würde ich sagen Ich glaube von da aus können wir dann wieder Gut aufräumen, Leute Wir können einmal Marken Okay Mega geil Also für mich ist es einfach mega geil, Leute Also das ist jetzt kein Scheiß oder so Ich bin mega begeistert hier gerade Jan, was sagst du? Ich habe gerade hier Video-Dinge Achso Wenn ich jetzt V drücke, dann geht Okay, jetzt haben wir hier drei Drei Sonst sehe ich Drei Leute Wirklich nur drei Weiter geht's Alter Oh ja Oh ja Ach, das sieht Oh ja, das sieht schön aus Aus Einsatz hier Scheiß, bin runtergefallen Die haben mich von der Mühle runtergeschossen, die Wichser Ich bin da so von der Leiter runtergefallen War zu dumm zum Runtergehen Nein, jetzt habe ich ein Megaproblem Das war einfach dumm, Leute Meine Maus spackt hier Hallo, du sollst nicht schießen Meine Maus spackt hier mega rum in dem Spiel Einfach Ich weiß, dass du da draußen bist Ich weiß, dass du da draußen bist Ich weiß, dass du da draußen bist Durchbrechen Und geh nie Hä, da ist da noch einer im Haus Ach Mann, ey Ich habe die Maus auf 5% jetzt nur noch stehen Und die ist immer noch zu schnell in dem Spiel Es ist komisch Und ich weiß, dass du da draußen bist Und ich hab seineja BOMB Okay, Leute. Diesmal war es viel schlauer. Viel besser gemacht. Okay. Nächste zum Kerze. Noch zwei. Okay, okay, okay. Dass ich leider keine Munition für die Sniper finde, riech mich gerade so ein bisschen auf. Aber gut. Gucken wir mal hier durch die Häuser. Vielleicht finden wir irgendwas, Leute. Oh, oh. Oh, oh. Was denn? Nein, 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 nein. Ach, du Scheiße. Oh, oh. Ich muss dir dein Fleisch selber verdienen, ey. Angriff. Ah, weg mit dir. Fuck. Hier kommen die kleinen Hände auch noch mit. Fuck, Junge. Fuck. Weg mit den Altmetall hier. Weg mit den Altmetall hier. Ja, ganz ruhig, Leute. Ja, ganz ruhig, Leute. Okay, der Alarm deaktiviert. Okay, Leute. Das war alles nicht so feine englische Art, wenn ich ganz ehrlich bin, wie ich jetzt hier vorgegangen bin. Man hätte das wahrscheinlich alles auch vernünftig leise machen können, aber... Die Scheiße sind hier drauf. Wir haben einfach geballert. Genau so haben wir es gemacht. So, drei. Nur noch die eine, die ist da hinten. Das Problem ist, wir haben jetzt noch ganz genau null Schuss mit der Sniper. Also geht es jetzt nur noch eins und das ist Action. Oh, Alter. Ich glaube, da war gerade ihr Musitionsdepot oder so, Alter. War mega in der Luft geflogen, alles. Oh, der Typ mit seinem Flammenwerfer, der geht mir ja richtig auf Eier. Gar nicht. Ja. War mega. Ahm. Fußvolk auch nochmal alle wegschmieren hier. Oh. Warte mal, warte mal. Sagen wir mal da hin. Oh, oben. So, jetzt haben wir ihn. Alter, wenn dieser Benzintank von den Feuerwehr- Feuerminern da explodiert, alter, mega geil, ne? Ja. Alter. 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 Okay, das ist buggy. Alles klar. Der Spannung war gut. Ach, kommt, Mann. Da kann ich den Typen an der Artillerie nicht töten, weil der da rumbackt. Oh, Mann. Der schwebte in der Luft, den konntest du nicht erschießen. Er hat die Artillerie bedient und du konntest ihn einfach nicht erschießen. Äh, Panzer, geh weg. Tschüss. Hm, das Haus sieht ziemlich hässlich aus. Erstmal umfahren. Äh, geht gar nicht. So, geht das nicht? Hallo? Ah, jetzt. Man kriegt ja übel Schaden da durch. Was ist das? Hier war ich. Geh vor, es geht weiter. Ihr wartest ja nicht in mein Dächer in deinem Bereich. Ich rück auf die Seite. Kaff, Güte, in Deckung. Versuch das von der Seite. Weiterfeiern. Da. Wow. Die laufen da rum. Hier haben wir ein Pferd, um abzuhauen, aber wir brauchen ja noch die letzte. Was ist das? Oh, da kommen ganz schön viele. Äh, mal kurz zurück bitte. Alter. Nix, sie weg. Bam. Ja, du bist mega laggy. Ja, du bist mega laggy. Da. Nix, sie weg. Das ist mega laggy. Okay, Leute. Jetzt brauchen wir den Motor. Hier ist er. Und die letzte. Also das ist manchmal extrem dunkel, ne? Manche Seiten, Alter, wenn du irgendwo hinläufst. So dunkel. Okay, zurück zu Befs. Wir haben einen Ackergaul hier. Können wir das hier auch nehmen. So, und Hackengas. Nein, fertig. Wir werden einfach außen weit herum reiten, sodass wir in Ruhe zu Befs kommen, ohne irgendwelche Probleme oder irgendwas anderes. Weil warum sollen wir die Feinde jetzt down machen, wenn wir auch so zu ihr kommen? Einsteigen. Okay. Da ist er doch nicht abgehaun, hat er uns gerade das Leben gerettet. Ich bin kurz vom Weg abgekommen. Hier gibt's auch gar keinen richtigen Weg. Wir finden einen. Du bist der Fahrer. Gute Arbeit, Jungs. Ja. Wir waren nicht schlecht, oder? Ei. Das ist ja, das ist die letzte gewesen. Werfen wir sie an. Ich hab alles richtig gemacht. Wirklich alles. Mein ganzes scheiß Leben lang. Ich hab immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch. Was ist nur los mit dir? Du dämliche. Du dämliche Scheiß-Kapp-Drecks-Maschine. Scheiß-Drecks. Komm schon. Komm, Bess, na los. Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir. Verdammte Scheiße. Und ich dachte, du machst deinen Ort wie Kamp-Bess. Komm schon. Ich hab Gänsehaut. Sie steht drauf, wie du fluchst, Junge. Sie steht drauf, wie du fluchst und dann die Battlefield-Musik. Er ist doch keiner mehr. Richtig, Leute. Und das werden wir morgen erleben, wie die Beth sich hier durchkämpft. Wir nennen sie Bertra. Und sagen vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.